hallo ist martin von money monkeys dass die dax-analyse für nun mittwoch den 24 7 2024 und unser dax ja er hat ja den ein oder anderen ein bisschen gepflegt zum dienstag war letztendlich sauber erwartet worden dass er rumschlenker der das ein bisschen rumtrödelt hier auch mal über die 5 30 reist und wieder zurück auf die 470 vielleicht sogar unter die 400 drunter macht und dann doch wieder zurück und hier oben irgendwie den tagesschluss rein klemmt und ganz so wie vom ablauf her gedacht ist es nicht ein bisschen deutlich höher gekommen wir hatten auch darüber gesprochen mit dem gelb ja wenn er das gelb zu macht dass er dann eben auch die chance kriegt hier oben richtig raus zu nageln noch das hat er jetzt so noch nicht gemacht hat hier oben aber von der 650 gut runtergetreten war jetzt so eine analyse nicht besprochen worden muss ich sagen hat man nur in den premium updates dort hat man nämlich als er hier unten schon an der 480 war oder wo haben wir es geschickt doch bei 480 haben wir das update geschickt und haben gesagt das sieht eher schon danach aus wie es drückt er sich jetzt gleich wieder nach oben weil zu viele jetzt hier bock auf short haben und schiebt sich dann wahrscheinlich erst mal in die 620 650 macht aber die 670 noch nicht und das das hat er wunderschön gemacht hat sich quasi natürlich einfach aufgezeigt dass er das einfach ein bisschen höher drücken will und von daher finde ich das nicht so schlimm dass er jetzt hier noch nicht durchgegangen ist ja der ein oder andere wird vielleicht das erwartet haben als dann hier der gap close kam es passt aber trotzdem noch und es ist auch stimmig das heißt er hätte zum mittwoch durchaus die gelegenheit jetzt das ding zu zerlegen auch auf tagesebene ist zwar die katze deutlicher zurückgekommen ja das muss man schon sagen ja die katze klein gezogen wieder er hätte aber locker das potenzial wenn er jetzt durch die linie durchzuschrammen und dann auch gut ein paar meter über die 700 schon mal drüber zu gucken ja also wird sehr spannend jetzt wie sich zum mittwoch verhält er dürfte hopperle jetzt habe ich eine linie verschoben er dürfte dabei sogar auch ein bisschen leicht schwächer rein starten vielleicht sogar noch mal unter die 500 runterdrücken vielleicht sogar eine 94 nach abholen 480 das wäre jetzt nicht verboten aber ich würde alles was oberhalb von fünf ich sag mal 55 stattfindet wird es schon eher richtung 700 orientiert sehen und das dann da eben auch dieser dieser ausflug noch oben kommt weil ich glaube der hat schon den einen oder anderen auf der shortseite gut überrumpelt gekriegt und hätte da eben doch das zeug dass das zu nutzen nichtsdestotrotz sind wir aber noch immer in der seitwärtsphase in der range in der spannung der ganzen letzten tage und hier haben wir eben insbesondere oben noch immer wieder darüber gesprochen dass das immer wieder der bereich war aus dem eben hart abverkauft wurde das habe ich auch im letzten premium update noch mitgeschrieben gehabt die die das ich bin da unten halt wirklich dann auch ja ich würde ihm nicht zu viel leine geben also jetzt hier jetzt groß lang starten auf eine 700 700 ausbruch und dann irgendwie so bloß auf 335 packen das wäre halt genau verkehrt weil wenn er das jetzt nicht bedient und wenn er das nicht liefert dann warum soll er nicht einfach wieder komplett die ganze pute nach unten zurück rennen so wie es die ganze zeit macht das sehen wir jetzt so oft hier immer wieder dieses schwöne oben und dann wieder das abklappen und deswegen würde ich wenn der sich schwach zeigt und er bringt uns hier keine drehung ich würde zum beispiel ich habe ja gesagt 490 unter 500 am art runter 490 480 und dann hoch viele fragen sich immer wie wir zu der zweiten und so ich würde das zum beispiel gar nicht traden das ist für mich ein teil der analyse aber ich würde es mir nur angucken also wenn er 490 480 hochdreht und er geht danach über die 550 drüber dann suche ich mir die longs aber ich würde es nicht auf die 490 480 long gehen nur weil ich in der analyse sage ja der könnte jetzt hier noch mal runter starten auf 490 480 und dann über 50 wieder hoch schieben ja sondern dass das wäre meine bedingung quasi dass er positiv handelt dass er eine positive szenario reingeht sich unten abstoßen dann wieder über 50 gehen über 550 nach oben arbeiten das für mich alles fein ist long legitim und so weiter und so fort aber wenn der hier nach unten weglackert hätte ich keine lust mich da jetzt wieder wahrscheinlich gegen die nächste abwärtsbewegung gegenzustellen die dann doch wieder überraschend tief kommt denn wir sind ja noch in der range und solange wir noch in der range sind hat er eben dieses risiko da deutlicher wieder nach unten zurück gefedert zu werden ja und deswegen ich gucke mir die 490 480 genau an aber wenn der mir weg segelt wenn er hier durchdrückt sollte man sich nicht verkämpfen weil dann könnte es auch ein überraschend schwacher mittwoch werden ja in dem der dann sogar vielleicht bis wieder ja irgendwie 93 35 35 durchgedrückt wird ja und wenn er dann da mittwoch steht dann hakt uns am donnerstag vielleicht sogar hier unten noch das geld zu weil die lunde hier die gibt es an der kerze eigentlich nicht das ist bloß ein darstellungsfehler von der exeter börse hier das heißt das gibt da unten ist offen bei 1,70 und ich will nicht zu negativ werden aber man sollte auch nicht zu optimistisch werden das ist in der range einfach gift weil das dazu führt dass man immer wieder oben long sucht unten short und dann lässt man sich damit immer wieder ausstoppen das ist genau das was man in der range eben nicht machen soll und das was vielen immer auf die füße fällt genau deswegen würde ich mich eng absichern und wenn er unten zu lange rumdruckt eher die füße vom long lassen oder in die finger vom long lassen dann nicht zu viel versuchen ich traue ihm das aber trotzdem zu ja wenn er wenn er ausbrechen will aber bitte über die 550 halten oder hier einen kleinen morgensport rein ja und dann stück für stück eine nach der anderen marken rausnehmen 600 rein 670 700 rein und weiter ja das wäre so die erwartung sind gut dann soll es das soweit sein ich mache zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss zwei jetzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020